Ein Experte für das Königshaus meinte, es gebe einen besonderen Grund dafür, dass Meghan Markle 2020 die königliche Familie verließ. Meghan Markle wurde von einem königlichen Experten als »kleine Diva« beschrieben, die es nicht mochte, während ihrer Zeit als arbeitende Royal durch die »Stutzung ihrer Flügel« eingeschränkt zu werden. Die Herzogin von Sussex trat 2020 von ihrem Posten als hochrangiges Mitglied des Königshauses zurück, nachdem sie diesen Posten seit ihrer Heirat mit Prinz Harry im Jahr 2018 zwei Jahre lang innegehabt hatte. Schließlich zogen die beiden in die USA, wo sie sich in Monte Cito niederließen und sich und ihrer Familie ein neues Leben aufbauten. Die ehemalige BBC-Korrespondentin für königliche Angelegenheiten, Jenny Bond, behauptete, einer der Gründe für den Austritt der Herzogin aus der Firma sei gewesen, dass ihr nicht gefiel, was sie sah. In der Live-Show der Sun sagte sie, ihr gefiel nicht, was sie sah, und es gefiel ihr nicht, dass ihr auf diese Weise die Flügel gestutzt wurden. Ich denke, es ist wirklich eine traurige Kombination von Fehleinschätzungen. Auf die Frage, ob Meghan vom Palast richtig beraten worden sei, wie sie mit dem königlichen Leben umgehen solle, äußerte sich Frau Bond kritisch. Sie sagte, die Herzogin sei in ihrer Rolle nicht richtig gefördert worden und man hätte ihr mehr Zeit geben sollen. Sie erklärte, ich glaube, sie wusste nicht wirklich, worauf sie sich einließ. Und ich glaube, deshalb hatte William absolut recht, als er Harry warnte oder ihm vorschlug, es etwas langsamer angehen zu lassen und sich mehr Zeit zu lassen. G蝠nn G蝟 G蝟 Untertitelung des ZDF für funk, 2017